Das ist auch noch in Gang. Ok, ich glaube ich muss 29 wiege ich erst, so das geht noch. Können wir einen Heiltrank springen lassen. Geht es nicht weiter. Versteckte Liebesgelder, cool. Original war das richtig krass hier. Killt mal euren Kumpel. Zersplittert. Da geht es nicht rein, schade. Immer umgucken Leute, guckt euch immer um bei solchen Games. Ich den gar keinen Schaden drücke im Endeffekt. Oh, ich bin in seinem Schlafraum. Das tut mir aber leid. Das wollte ich aber nicht. Nein, das tut mir aber auch leid. Ok, alles was höher ist als 5 ist erst von Interesse, alles klar. Das ist auch Quatsch, zu viele gleiche Objekte. Bei dir würde ich auch nicht... Ja, ohne Scheiß, hier würde ich auch nicht pennen wollen. Weißt du, jeden Morgen hier durch. So, wir haben genug Heiltränk, ich heile einfach mal zwischendurch. Okay, geht es nicht weiter, dann müssen wir hier lang. Oh, ein grüner. Ein grüner Dieb. Was hast du denn dabei? Mh, naja. Der war ganz schön gedrückt, du. Boah, Alter. Der drückt aber Schaden rein. Schluss jetzt. Und Schlitz. Alter Schwede. Ach guck, ist aber nette Musik hier. Die werfen sich gegenseitig ab, soll er mal machen. Macht mal weiter. Der hat ganz schön mit auf dem Querpools, oder? Ich könnte ja auch mal mit Feilen und Bogen arbeiten. Nö. Hat ne fiese Warfalle. Was ist das denn für ein Rundgang hier, das ist ja auch cool. Was bist du denn für einer? Ein bunter Vogel. Die hauen sich da unten selbst. Oh, danke schön. Da kommen schon du kleiner die. Kraft, oh Kraftringer, den nehmen wir doch lieber als meine Tragkraft erhöht. Hier ist nichts mehr. So, so macht man das. Sehr brav. Was sind denn für Weiße, die sehen nicht sonderlich stärker aus. Doch, die halten ein bisschen mehr aus. Kommische Ecke hier. Aufrischungsstation, ok. 12er. Oh, ist besser. Dann gleich mal ausrüsten. Was ist das da? Alles mitnehmen, wir können noch ein bisschen tragen. Zurück gehen wir jetzt nicht mehr. Heißt denn, ich müsste etwas wegwerfen. Das ist kein Problem. Wie ich das Spiel einschätze, ist es sowieso nicht mehr so lange. Bis wir beim nächsten... Huch. Ja, ich kann warten. Danke. Okay. Level Up. Das ist sowieso gestiegen und wir haben sieben Punkte zur Verfügung. Ähm. Ähm. Ich komme immer mit die falsche Taste. Erhöht Trefferchance. Das ist schon mal besser. Kostet aber 6. Na, Schildexperte führt sich, Rüstungskategoriepunkt. Ermöglicht blocken mit zweihändigem Nahkampf. Das wäre, naja. Tolstoß, Verdauungskraft. Wichtige Treffer. Ohne Scheiße, ich müsste eigentlich mal Schwert und Faust. Erhöht Trefferchance. Ja, weißt du was, das mache ich jetzt. Ich muss die Trefferchance erhöhen. Ich treffe einfach viel zu selten. Das geht nicht. Hä? Da unten geht es weiter. Hä? 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 Die Biskkel der 2, ok? Dann mache ich mir aber erstmal was zu trinken auf. Jaja, das muss einem auch mal gegönnt sein. Und nebenbei heile ich ja auch ein bisschen Leben. Was das aber hier wohl soll. Mein 5 ist zu schwach. Ich nehme das jetzt einfach nochmal alles mit, weil es halt Gold wert ist. Aber im Endeffekt muss ich natürlich... So, wenn ich jetzt nach dem Original gehe, kommen wir gleich Spinnen. Ey, wie du immer noch so oft daneben böllerst, ne? So ist besser. Na? Ich hätte auch mal blocken können, aber nur nur. Verjüngungsamulett. Was macht mein jetziges? Gar nichts. Dann nehmen wir das Verjüngungsamulett. Wie weg jetzt? Das gefällt mir hier nicht. Wo nach wirft der denn? Hau ab! Hau ab! Jetzt ist er getroffen. Toll. Hau ab, Feigling. Scheiße, zu schwer. Scheiße. Okay, einmal Sachen ablagern. Weg, 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 weg. Weg, 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 zu wenig Wert. Okay. Ups, was war es zum? Hä? Oh, scheiße, jetzt hab ich die Folge. Achso. Schnell die neue, andere Waffe ausrüsten hier. So, und 13, ich hatte 12, ne? Hört, schnell, 13. Flachpfeife. Oh Gott, jetzt kommen noch Blups dahin ey. Da ist noch so einer. Da-di-dom, lass uns tanzen. Zwei Wege, das gefällt mir nicht. Okay, da komme ich nicht rein. Das heißt also, der richtige Weg ist dieser hier. Du bekommst einen Schlüssel, das ist jetzt ein Scherz, oder? Was haben wir denn hier? Toll, sieht so toll aus, ist aber nichts. Was zum Glück, wer steht denn da? Verberstet. Okay, hier ist es. Nur noch mal auffrischen. Jetzt noch weiter. Wer die Arbeit erleichtert. Ui, ganz schön was wert. Fünftausend. Okay, die Musik sagt mir. Du musst einfach durchrennen, ne? Boah. Geht's los. Jetzt hab ich irgendwas gekriegt. Hör ich die Pfeile, voll die Lecks. Schutzamulett plus zwei. Nehmen wir das doch. Hier geht's nicht weiter, jetzt müssen wir da nochmal lang. Aua, voll die Pfeile kommt. Das tut doch weh, Mann. Ich hab jetzt einen Schlüssel gekriegt. Heißt das jetzt? Dann müsste ich wahrscheinlich da unten weiter kommen. Da müsste ich weiter. Yes. Was ist denn das hier? Empfangskomitee oder was? Hei, tot. Den nehmen wir mit. Das wirkt nicht viel, das können wir auch mitnehmen. Hä? Okay. Okay. Etwas verwirrt. Die Pfeile hübsch. Wo müssen wir weiter? Ach, hier unten geht's noch weiter. Stimmt. Der langweilt sich hier nämlich schon. Hey Mann, endlich bist du auch mal da. Ich muss erst mal Pendeln legen. Das könnte... Nein, das ist ein Blobs. Ratten! Jetzt sind wir glaube ich da, wo es richtig zur Sache geht. Doch nicht. Warum macht ihr das denn so umständlich, Leute? Voll in den Rücken. Oh, ein 14er. Die Rüstung wird immer besser. Und den Juwelen nehmen wir natürlich auch noch mit. Hi, Typie. Die Rüstung ist schon mal richtig nice. Ich finde das ja auch gut, dass man die sich so nebeneinander stellen kann. Trotzdem noch alles umruppt. Ah, ein weißer. Oh, da sind die Spinnen. Das war die Spinnen. Okay, wie wir jetzt... Oh, das ist ne Giftspinne. Hallo, ihr. Ist doch echt doof, ne? Hä? Die waren einfach in dem Raum eingeschlossen. Ein grüner Pappmaché-Kopf. Ich glaube, der in der Mitte wartet schon keiner. Ich glaube, der in der Mitte wartet schon keiner. Oh, der ist der in der Mitte. Oh, der in der Mitte, der in der Mitte wartet schon noch mal. Ich weiß, was ist die Spinnen und Spinnen? Ich weiß, was ist das? Oh, der wird in der Mitte wartet. Der in der Mitte, der in der Mitte, der in der Mitte wartet. Leute, das mache ich aber auf Screen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Oh nein. Muss er öfter speichern. Naja, bis fort, Leute.